Das ist schön, dass wir Sie mal in Neder treffen, das ist ja schön. Gehen Sie alle, Franz, schlabbern? Schlabbern mache ich eigentlich nicht so gern. Neder würde ich trinken. Neder, das ist fast fein. Neder. Ja, du schon wieder, dass du schon wieder trugst. Das habe ich mir schon gedacht. Apropos Hobby, Herr Christen, was ist denn Ihr Hobby? Was machen Sie so? Ich fahre gerne Fahrrad, les gerne. Ich fahre gerne auch auf dem Kellerabend. Ich fahre gerne auf dem Kellerabend. Da oben ist ein Schossenkeller, da mache ich ein Bogenschießen. Bogenschießen? Bogenschießen? Da sind Sie ja. Ich bin neulich auf dem Kellerabend aufgelaufen. Da habe ich ein Bogschlabbert. Und da war ein Kunde von mir, hat ein Pfeil abgeschossen. Da habe ich geschrien. Ey, du Bogenschütze da. Du kannst nicht auf einen Wanderer da rumschießen, auf einen Bierwanderer. Sagt er, du hast doch nicht Bock auf deinem T-Shirt stehen. Das ist ein Robin Hoodner vom Google Forest. Google Forest? Das ist Wahnsinn. Aber er hat doch keine Ahnung. Kommt ein Reh zum Doktor und sagt, Mensch, ein Doktor, ich habe ein Problem, ich habe Haarausfall. Da sagt der Doktor, da kann ich noch nicht helfen, da muss ich es in die Reha drin gehen. Ja, 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 ja. Was ich schon immer mal wissen wollte. Wie viele Leute haben wir denn so im Rauthaus? Oh, das sind so knapp 400. 400? Ich habe mir gebraucht maximale Hälfte, weil wir das sind. Ja, 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 ja. Ja, weil, mädere ist schon am schönsten. Ich war neulich in einer Kneipe, da hast du vom Boden essen können, ne, und bist du zackmann. Ja, ja, ja. Ja, und dann habe ich mir ein Bier bestellt und gesagt, Mensch, habt Bettina gemacht? Ja, ich habe mir ein Feuerbier bestellt und keine Fruchtfleischbole, ne, das ist da alles drin rumgeschoben, weil es ist Wahnsinn, ne? Ja, 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 ja. Na ja, ne, ja, 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 ja. wenn wir einen jungen Bürgermaster haben und ich sitz oft vom Rathaus rum, schau mal die Baustelle so an, dann tue ich welche Dauben füttern immer schön. Die Dauben fütterst du, die Gehörlosen, du spinnst ja. Oh, Entschuldigung, Zweite, der ist fein. Der hocht schon den ganzen Früh lang. Naja, aber es fällt mal einer ein. Neulich sitz ich im Nieder, hocken zwar blinde von draußen, muss der eine niesen, sagt der andere, machst du mir auch noch Bier auf? Wissen Sie eigentlich, dass Bier drin gleichgültig macht? Aber uns ist das wurscht! Prost, Prost, Prost!